Hellraiser 5 Inferno war überraschend gut. Dementsprechend enthusiastisch bin ich auf den nächsten Teil eingestimmt. Hellraiser 6 Hellseeker. Bevor ich mich da reinstürze, wagen wir doch mal einen kurzen Blick darauf, was das Internet von diesem Film hält. What? Null Punkte auf Rotten Tomatoes? Sogar dieser Müllhaufen von Die Legende von Argen hatte mehr Punkte. Aber gut, wir wissen ja alle, wer glaubt, was im Internet steht, der ist dumm. Deshalb sucht euch alternative Quellen. Fancy Reviews. Ansonsten gibt es über Hellraiser 6 Hellseeker nicht viel zu wissen. Es ist eine Direct-to-DVD-Produktion und angeblich war das Drehbuch gar nicht als Hellraiser-Film angedacht. Pinhead, die Puzzlebox und die Cenobiten wurden nachträglich reingeschrieben, um den Film unter dem Hellraiser-Markennamen erfolgreicher vermarkten zu können. Jupp, Hellraiser. Da steht's. Bei mir hat's also geklappt. Schauen wir doch mal, was der Film zu bieten hat. Auch Hellraiser 6 gehört zu den erlesenen Wannabe-Arthouse-Filmen, die mit einem Zitat beginnen, das ganz besonders klug und intellektuell klingt. In diesem Fall ein Zitat aus keinem geringeren Werk als Dantes göttlicher Komödie. Das ist so intellektuell, da ist mir gleich eine Synapse mehr im Gehirn gewachsen. Szenenwechsel und wir befinden uns auf einer Landstraße. Dort lernen wir ein kicherndes Pärchen kennen. Momentchen mal. Dieses gackernde Huhn, die kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch Kirstie aus Teil 1 und 2. Oh ja, das ist sie. Ashley Lawrence spielt auch in Hellraiser 6 die Rolle von Kirstie. Kirstie spielte in dem originalen Clive Barker Hellraiser-Film und in seinem Sequel die Hauptrolle. Das Pärchen fängt an zu knutschen und wie wir alle in der Fahrschule gelernt haben, Power Sound, Telefonieren und Zungenküsse am Steuer führen zu Unfällen. Trevor verliert die Kontrolle über sein Vehikel und ballert durch eine Absperrung in den See. Leute, geht's nur mir so? Oder wirkt das wie ein unglaublich billiges und schlechtes Rip-Off von der Unfallszene aus Vanilla Sky? Vanilla Sky ist von 2001, Hellraiser 6 kam ein Jahr später. Hm, verdächtig. Könnte aber auch ein Zufall sein. Wie auch immer. Das Auto versinkt im Fluss, Trevor kann sich befreien, Kirstie bekommt ihren Gurt aber nicht auf. Dann wacht Trevor plötzlich im Krankenhaus auf. Dr. Domi erklärt ihm, dass alles in Ordnung ist und gibt ihm ein Beruhigungsmittel. Trevor pennt weg und träumt davon, wie ein Doktor seinen Schädel aufbohrt und mit spitzen Gegenständen in sein offenes Gehirn piekst. Ich gebe zu, diese Szene wirkt extrem forciert und random. Aber sind wir mal ehrlich, genau sowas wollen wir doch haben in einem Hellraiser-Film, oder? Bitte? Der Film hat danach sein Pulver schon verschossen? Danach gibt's kein Body-Horror und Gore mehr in dem Film? Das war's dann? What? Ein Detective steppt in das Krankenhaus, denn... Die Tür war offen. ...und erklärt Trevor, dass seine Frau Kirstie verschwunden ist und der Unfall bereits einen Monat her ist. Trevor leidet unter Gedächtnisverlust und kann sich nicht mehr genau an das erinnern, was er seit dem Unfall getan hat. Trevor fährt mit dem Bus nach Hause und lasst uns alle mal kurz festhalten, wie billig und gleichzeitig hässlich dieser Film aussieht. Der ganze Film hat einen ganz unangenehmen Grünstich und die Kostüme... Naja, eigentlich ist es ja Alltagskleidung. ...sehen aus, als stammen sie aus einer Verkleidungskrabbelkiste, die im Gemeinschaftsraum einer Jugendherberge steht. Trevor erlebt im Bus eine alltägliche Episode, wie wir sie alle zu Genüge kennen, eine creepy Oma strickt etwas und ein Nazi-Rocker hört super laut Musik. Das gefällt Trevor natürlich gar nicht und er ermahnt den Störenfried. Können Sie das bitte leiser machen? Bälle wie ein Hund Du imitierst damit den Rocker-Typen, der eine Ausstrahlung hat wie ein Pitbull. Das ist sehr witzig, dein Publikum wird das lieben. Sag mal Junge, bist du bescheuert? Das kapiert doch keiner. Trevor kommt nach Hause und wird vor der Tür von einem Hund angekläfft. Alter, ich werde hier nicht bellen. Nein. Nein, 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 nein. Trevor geht in seine Wohnung, schnappt sich ein Bild von ihm und Christy und schwelgt in Erinnerungen. Also in den guten, wesentlichen Erinnerungen von seiner Ehe mit Christy, als Körperflüssigkeiten ausgetauscht wurden. Hey, mach das Licht aus. Leute, wie alt seid ihr? 16? Sex im Dunkeln? Da verpasst man doch das Beste. Am nächsten Tag geht Trevor zu seinem 0815-Shitty-Großraumbürojob. Nach einem kurzen Smalltalk mit seinem Kollegen Dean sieht er zufälligerweise eine kleine Visitenkarte an seinem Pinboard. Dies bringt Harrys Narbe zum Schmerzen und bringt eine verborgene Erinnerung zurück. Dort wandert er durch eine verdreckte Lagerhalle und trifft auf einen mysteriösen Mann. Ich kann in deiner Seele sehen. Trevor wacht wieder auf und entschließt sich erstmal was zu snacken. Am Süßigkeitenautomat trifft er auf seine Chefin, die erstmal gehörig zupackt und ihre kinky Fantasien mit ihm teilt. Die superheiße Chefin, mit der die Gehaltsverhandlungen in horizontaler Position geführt werden. Eine klassische Männerfantasie. Es stellt sich heraus, dass Trevor eine Affäre mit seiner Chefin hatte. Daran kann er sich aber nicht mehr erinnern, weil er ja Amnesie hat. Trevor wird auf die Polizeiwache bestellt und der Detective stellt seltsame Fragen. Trevor vermutet, dass er verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben. Ohne Leiche kann man ihm aber nichts nachweisen. Wieder zu Hause bemerkt er, dass ein Creep von gegenüber ihn beobachtet. Trevor beginnt zu husten und hat einen Frosch im Hals. Pardon, eher einen Aal im Hals. Ich dachte, den Aal hat eher seine Chefin im Hals. Es klopft an der Tür und vor ihm steht seine Nachbarin. Sie zeigt ihm ihr neustes Schlampen-Tattoo und will seinen D. Anscheinend hatte Trevor auch mit ihr eine Affäre, an die er sich nicht erinnern kann. Trevor schickt sie weg und zieht sich wieder alte Filme mit seiner Frau rein. Dieses Mal geht es um den Hochzeitstag. In dem Video gibt er Christy ein kleines, quadratisches, unbekanntes Geschenk. Hm, was könnte das wohl sein? Kurz darauf kommt seine Chefin vorbei und will auf Trevor reiten. Du bist ein böser Junge. Leider ist Trevor nicht so böse, wie sie denkt und er wirft die halbnackte Reiterdame erst von seinem Schoß und dann aus seiner Bude. Nachdem seine Chefin gegangen ist, sieht Trevor auf der Kamera, die ihre Reitstunden filmen sollten, wie seine Chefin von Zenobiten umgebracht wird. Mysteriös. Nur, um kurz darauf wieder überrascht aus einem Tagtraum aufzuwachen. Gestresst und verwirrt begibt sich Trevor zu einer Alternativmedizinerin und gönnt sich eine Akupunktur. Hab ich Medizinerin gesagt? Streicht das. Er bekommt wieder Flashbacks von dem zetzottelten Typen. Der hat ihm offensichtlich eine magische Box verkauft. Dieses Musikpuzzle wurde von einem Franzosen erschaffen. Er hieß Le Marchant. Das ist übrigens der gleiche Le Marchant, den wir aus Hellraiser 4 Bloodline kennen. Und spätestens jetzt kapiert auch der letzte, dass Trevor wohl irgendwie die Puzzlebox geöffnet haben muss und Pinhead beschworen hat. Da Pinhead einen Fetisch für Schmerzen und spitze dünne Gegenstände hat, die in menschlichen Körpern stecken, besucht er Trevor bei der Akupunktur. Er droppt ein bisschen Sadomaso Trash Talk. Ich persönlich ziehe Schmerz der Freude vor. Und treibt Trevor eine Nadel durch den Hals. Aber auch das war natürlich wieder nur ein Tagtraum. Ein Detective auf der Polizeiwache nimmt Trevor in die Mangel und wirft ihm vor, dass er seine Frau getötet hat, um an ihr Vermögen zu kommen. Wieder zurück in seiner Wohnung glotzt Trevor ein paar Brüste durch seine Wohnungsfenster an und seine Nachbarin kommt für etwas Sexy Time vorbei. Als es gerade wild wird, taucht aber ein Zenubit auf, schnallt Trevor einen kinky Maulkorb um und boom! Er wacht schon wieder auf und hat alles nur geträumt. Ich hab geträumt, dass ich Hellraiser 6 review, obwohl das ein mega schlechter Film ist. Nein! 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 Trevor findet seine Chefin tot in seiner Wohnung. Pinhead taucht kurz in seinem Spiegel auf und kann ihn beruhigen. Alle Probleme sind gelöst. Trevor besucht danach seine Nachbarin, allerdings ist ihr Boyfriend zu Hause, weshalb Trevor, die kleine Pussy, lieber wegtöltet. Trevor ist wieder auf der Polizeiwache, sieht eine Menge weirdes Zeug, zum Beispiel einen Typen, der einen Origami-Kurs bei Pinhead himself gemacht hat, und besucht danach Dr. Dormir. Zurück im Büro nimmt ihn der Detective in die Mangel, ein fetter Mann zieht sich Süßigkeiten aus einem Automaten, super random und Trevors Arbeitskollege macht einige konspirative Andeutungen. Wovon ich rede, Mann? Ja, von dem Geld. Tu nicht so, Kirstys Erbschaft, ich rede von dem Plan. Harrys Narbe beginnt schon wieder zu schmerzen und Trevor hat einen Flashback. Dann sieht er, wie Kirstie die Puzzlebox öffnet, das war sein Geschenk an sie, und danach ausflippt. Was ja klar ist, Kirstie kennt die Puzzlebox schon aus Hellraiser 1 und 2 und weiß ganz genau, was es damit auf sich hat und warum Trevor ihr das Ding schenken will. Trevor haut vor Wut eine Scheibe ein und verletzt sich an der Hand. Auf diesen Schock tut er das einzig Rationale. Er besucht die Akupunkteurin. Nachdem die ihn mit ihrer Nadel gestochen hat, darf auch er seine Stecknadel in sie hineinstechen. Moment mal, was ist in diesem Film eigentlich los? Warum wollen da alle Frauen mit Trevor schlafen? Der Film sollte nicht Hellraiser 6 heißen, sondern eher Trevor hat Amnesie und alle Frauen wollen seinen Pimmel haben. Aber wisst ihr, was das Traurigste daran ist? Die sind nicht mal nackt dabei. In sämtlichen Sexszenen tragen alle Beteiligten Unterwäsche. Wir sind auch hier in einem Hellraiser-Film. Die dürfen ultra brutal und voller wollüstiger Grenzerfahrungen sein. Wir wollen Brüste, Penisse, Blut und andere Körperflüssigkeiten sehen. Aber nein, dieser Film ist sogar ab 16 Jahren freigegeben. Pinhead mit Schwimmflügeln im Freischwimmerbecken. Get the fuck out of here! Aber ich schweife ab. Trevor und seine Akupunkteurin haben also ein bisschen prüden Trocken-Sex, doch plötzlich rammt sie ihm einen Eispickel in den Kopf. Aber ihr habt es bestimmt schon erraten. Auch das war wieder nur ein Tagtraum. Trevor ist im Bus weggepennt und kommt ins Krankenhaus. Da stellt sich heraus, dass er sich die Ärztin Alice Dormier nur eingebildet hat. Alice Dormier, sie ist die Assistenzärztin. Wir haben hier keine Assistenzärztin, die Alice heißt. Oh wirklich, Alice Dormier, Dormier war eingebildet? Wer hätte das nur kommen sehen? Für diejenigen, die weder Latein noch Französisch in der Schule hatten, Dormiere bzw. Dormier bedeutet schlafen. Trevor flippt aus und rennt in die verlassene Lagerhalle, um nach dem Typen zu suchen, der ihm den Würfel verkauft hat. In einer Pfütze trifft er auf Pinhead. Trevor vermutet, dass Pinhead alle umgebracht hat und es ihm in die Schuhe schieben will. Das sieht unser Lieblingsnagelkopf aber anders. Du hast recht, einer von uns beiden war es. Ja. Pinhead impliziert hier sehr deutlich, dass Trevor Kirstie und seine Chefin umgebracht hat. Merkt euch diese Szene, die brauchen wir später nochmal. Draußen trifft Trevor auf seinen Arbeitskollegen. Unfassbarerweise wird der Plot jetzt noch dümmer und noch dünner. Der eröffnet ihm, dass die beiden eine Abmachung hatten. Der Plan war, sie täuschen einen Autounfall vor, töten Kirstie, Trevor erbt ihr Vermögen und sie teilen das Geld auf. Trevors Kollege denkt, dass er den Plan alleine durchgezogen hat und ist deshalb wütend. Also nochmal zusammengefasst. Trevors Arbeitskollege hat absolut nichts Illegales getan, außer vielleicht, dass er Mitwisser ist. Er hatte weder mit Kirsties Verschwinden oder ihrem Tod irgendetwas zu tun. Was wäre eine angemessene Reaktion darauf? Trevor rennt zu seiner Akupunkteurin, findet sie aber tot in ihrer Praxis. Offensichtlich hat er sich von seinem Arbeitskollegen abgeschaut, wie man dumme Entscheidungen trifft, denn das erste, was er tut, ist den Eispickel, der ihr im Kopf steckt, aus ihr herauszuziehen. In diesem Moment kommt die Polizei hineingestürmt und sieht eine Leiche und Trevor hat die Mordwaffe in der Hand. Vollidiot. Trevor kommt zur Polizei. Die erklärt ihm, dass sie Kirsties Leiche gefunden haben und Trevor soll sie identifizieren. Der Detective sperrt ihn in ein Kellergewölbe, davor wächst ihm aber noch ein zweiter Kopf aus der Schulter, der irgendwas über Gut und Böse faselt. Dazu zwei Anmerkungen. 1. Der Typ sieht aus wie Charlie aus Man in Black 2 und 2. Die beiden Cops, die Trevor auf dem Revier verhört haben, waren also dieselbe Person. Die haben im passen Sinne des Wortes die Guter-Cop-Böser-Cop-Nummer durchgezogen. Auf eine verquere, Hellraiserische Art und Weise eben. Trevor findet die zugedeckte Leiche von Kirstie, da taucht Pinhead auf. Es gibt zum ersten Mal klassische Hellraiser-Ketten-Action und im großen Twistende erklärt ihm Pinhead, was genau abgeht. Trevor hatte Kirstie die Puzzle-Box geschenkt, um sie loszuwerden. Außerdem hatte er diverse Affären. Kirstie hatte wissentlich die Puzzle-Box geöffnet, allerdings hat sie ja bereits in den ersten beiden Teilen bewiesen, wie gut sie mit Pinhead verhandeln kann. Wartet, bitte wartet! Für Diskussionen bleibt keine Zeit. Ich kann euch zu ihm führen und ihr könnt ihn an meiner Stelle wieder mit zurücknehmen. Warte. Keine Verhandlungen, Kirstie. Keine Tricks. Nur Informationen. Also gut. Auch dieses Mal gelingt es ihr, einen Deal mit Pinhead auszuhandeln und sie verspricht ihm, fünf Seelen zu sammeln, wenn Pinhead sie dafür laufen lässt. Kirstie tötet also alle Liebhaberinnen von Trevor und seinen Arbeitskollegen. Danach erschießt sie Trevor während der Autofahrt und ihre Schuld gegenüber Pinhead ist damit beglichen. Trevor war also die ganze Zeit schon tot, Kirstie war nie das Opfer und unter dem Leichentuch vor Trevor liegt auch nicht Kirstie, sondern er selbst. Willkommen im schlimmsten Albtraum von allem, der Realität. Eines muss man im Film aber lassen, Pinhead ist recht gut inszeniert und der Schauspieler Doug Bradley macht wie immer einen soliden Job. Warum funktioniert dieser Film aber so schlecht als Plottwistfilm? Stichwort Red Herring. Red Herring ist eine englische Redewendung und bezeichnet ein Ablenkungsmanöver. In Plottwistfilmen gibt es immer Red Herrings, um uns auf die falsche Spur zu bringen. Das müssen nicht zwangsweise Gegenstände oder direkte Informationen in Dialogen sein, das kann auch über die narrative Ebene erzeugt werden. Zum Beispiel, wenn der Protagonist ein unzuverlässiger, vielleicht sogar schizophrener Erzähler ist. Stichwort Joker oder auch der Film Fight Club. Ein guter Plottwistfilm gibt uns allerdings immer nur Informationen, die nach der Auflösung auch weiterhin Sinn machen und nicht im Widerspruch zu den Ereignissen davorstehen. Und das ist das große Problem von Hellraiser 6. Erinnert ihr euch an die Szene, in der Trevor mit Pinhead in der Pfütze spricht? Pinhead impliziert sehr, sehr deutlich, dass Trevor Kirstie und seine Chefin getötet hat. Das macht aber im Nachhinein überhaupt keinen Sinn und ist schlichtweg falsch. Wir als Zuschauer hatten also überhaupt keine Chance herauszufinden, was im großen Enthüllungsplot passiert, weil der Film uns überhaupt keine wertvollen, doppeldeutigen und vor allem wahren Informationen gegeben hat. Das zeugt leider von einem schwachen Drehbuch und ein Rewatch, wie bei Filmen wie Lucky Numbers 11 oder The Mechanist, die ihr auch beide auf meinem Kanal findet, lohnt sich in diesem Fall überhaupt nicht. Schade. Gut, aber was passiert denn jetzt in der letzten Szene? Nach dem großen Plottwist wechseln wir dann in die echte Welt und befinden uns wieder an dem Fluss und der Brücke von der Eingangsszene. Christy zieht ihren Plan durch und überzeugt den Detective, dass Trevor Selbstmord begangen hat. Danach erklären sich noch einige von den seltsamen Dingen, die Trevor während des Films zugestoßen sind. Die Ärzte, die ihn im Krankenhaus behandelt haben, waren Polizisten, die seine Leiche untersucht haben. Und diese Ärzte finden auch einen Aal in seinem Mund, was natürlich erklärt, warum er vorher einen Aal ausgekotzt hat. In der letzten Szene bringt der Detective die Puzzlebox zu Christy. Die darf dieses Beweisstück mit nach Hause nehmen, weil es ja ein Geschenk zum Hochzeitstag war. Und danach endet der Film. Sure, einfach mal ein Beweismittel verschenkt. Naja. Kommen wir zum Fazit und der Bewertung. Hellraiser 6 Hellseeker ist in allen Belangen absoluter Durchschnitt. Die Handlung ist mittelmäßig, die Schauspieler sind okay, Pinhead ist ganz in Ordnung inszeniert und das Plottwistende überrascht sogar ein kleines bisschen. Aber reicht das, um als Hellraiser-Film zu überzeugen? Nein. Dem Film fehlt eine Seele, die Liebe und die Leidenschaft. Auf mich wirkte der Film, als hätten da alle Beteiligten Dienst nach Vorschrift gemacht. Wisst ihr, so wie die Leute, die immer pünktlich um 15 Uhr die Stifte fallen lassen und nach Hause gehen, obwohl es noch Arbeit gibt? Das reicht zwar, wenn man bei einer Versicherung arbeitet, aber nicht für einen Hellraiser-Film. Und diese Mentalität der Arbeit nach Vorschrift zieht sich durch den kompletten Film. Die Kamera überzeugt nicht mit interessanten Perspektiven, die möglicherweise die so realen Albträume von Trevor anreichern würden, sondern sie hält einfach nur drauf. Als hätte man sich da keine Gedanken über die Cinematografie gemacht. Jetzt könnte das, was vor der Kamera passiert, den Film noch aufwerten, aber auch das gibt nicht viel her. Die Kostüme und Kulissen wirken wahnsinnig billig, man sieht förmlich, dass sich alles in stillgelegten Lagerhäusern abspielt, die für einen Apfel und ein Ei angemietet wurden. Die Dialoge sind absolute 0815-Standardkost und der anfangs noch interessante Plot eiert nach 20 Minuten nur noch vor sich hin. Als hätte der Drehbuchautor nach seiner Grundidee aufgehört, den Film weiterzuentwickeln und sich gesagt, naja, meine Idee für diesen Plottwist ist so gut, das wird doch bestimmt den ganzen Film tragen können. Tut es nicht. Was ich loben muss, Pinhead ist gut inszeniert und die Special Effects wirken solide im Vergleich zu dem Look des restlichen Films. Der Film bietet nicht mal gute Kost für Gore- oder Splatter-Fans und als Mystery-Mindfuck-Film ist das Skript viel zu anspruchslos. Hellraiser 6, Hellseeker ist keine Vollkatastrophe, aber eben auch kein Hingucker. Eben Durchschnitt und wer will sich schon gerne die Zeit nehmen, etwas Durchschnittliches zu erleben? Richtig, niemand. Daher gebe ich Hellraiser 6 4 von 10 Punkte. Das war Hellraiser 6, Hellseeker. Wenn ihr meine anderen Reviews zu den Hellraiser-Filmen sehen wollt, dann klickt ihr hier oben hin. Hier gibt es noch ein anderes Video und ihr solltet diesen Kanal abonnieren, dann ziehe ich euch jede Woche ein kleines Stückchen näher an die Hölle, aus der ihr dann jetzt zurückkommt, weil Hellraiser, der kommt ja aus der helle Hölle zurück ins Leben reich und so. Ja. Wie auch immer, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.